Hat Kanada eigentlich auch Staaten, so wie sein südlicher Nachbar die USA? Die Antwort ist, na ja, ja und nein. Kanada ist wie die USA oder auch Deutschland ein Bundesstaat. Dieser setzt sich aus 13 Einheiten zusammen. Einerseits heißen diese allerdings nicht Staaten und andererseits gibt es auch zwei verschiedene Arten von diesen Einheiten. Und diese haben jeweils eine unterschiedliche Stellung im kanadischen Bundesstaat. Zum einen existieren zehn Provinzen. Diese haben jeweils eine hohe Macht und Autonomie, denn sie haben jeweils eine eigene Souveränität, die sie vom kanadischen König ableiten. Der auch britischer König ist, also aktuell Charles III. Die kanadische Verfassung garantiert den Provinzen zahlreiche Rechte und Pflichten in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Bildung, Steuern, Krankenhäuser oder natürliche Ressourcen. Englisch ist zwar die am weitesten verbreitete Sprache in Kanada, allerdings ist das französischsprachige Quebec, das mehr als viermal so groß ist wie Deutschland, die größte dieser zehn Provinzen. Auf seiner riesigen Fläche leben gerade einmal 8,5 Millionen Menschen, also weniger als in der Schweiz. Beeindruckend ist auch der Vergleich zur kleinsten Provinz, Prince Edward Island, die etwas mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland. Neben den Provinzen gibt es noch Territorien, und zwar drei. Im Gegensatz zu den Provinzen leiten diese keine Souveränität vom kanadischen König ab, sondern unterstehen unmittelbar der Bundesebene, also dem kanadischen Gesamtstaat, und werden im Grunde auch von diesem verwaltet. Allerdings hat das kanadische Parlament die Territorien im Laufe der letzten Jahrzehnte mit immer mehr provinzähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet, und sie haben jeweils auch wie die Provinzen ein Parlament bekommen. Obwohl die Territorien rund 40 Prozent des kanadischen Gebiets ausmachen, leben dort nur drei Prozent der kanadischen Bevölkerung. Das größte der drei Territorien, Nunavut, ist fast sechsmal so groß wie Deutschland, hat aber mit rund 40.000 Menschen nur so viele Einwohner wie eine mittelgroße Stadt. Das kleinste Territorium, Yukon, ist zwar viel kleiner, aber immer noch fast so groß wie Spanien. Schreib doch mal in die Kommentare, von welchem Land du noch die Einteilung kennenlernen möchtest.